Für die 600-Meter-Läuferinnen hier 200-Beter-Durchgang bei den Frauen, 1,28. So, jetzt bei diesen Besiegungen, da brauchen die Mädels natürlich auch Unterstützung. Auf geht es hier, 100. Bühne für 600-Beter bei den Frauen. Mit der 561-Beter-Durchgang, 60 Sekunden in etwa. Und jetzt auf die Ere, die letzte Seite gehen dann. Ah, da ballt sich das Feld noch einmal zusammen. Da geht es nochmal richtig zur Sache. Wir sind bei 1,26. Das wäre der Meeting-Accord jetzt gewesen. Und jetzt die erste Laufere im Ziel bei 1,33,47. Also, da geht jetzt bestimmt im zweiten Lauf. Und das ist der sogenannte A-Lauf. Bestimmt noch ein bisschen mehr. Aber da geht es um einen Sch эп phases. Und dann geht es um einen Sch auf ganz der textile blight. Und dann geht es um einen Sch fer,